Die meisten Menschen trauen sich einfach nicht genug zu in ihren Vorhaben im Beruf oder im Geschäft. Dabei übersehen sie eine Sache, nämlich dass die meisten Menschen oder die meisten Firmen drei wichtige Sachen bewältigen müssen, dass sie aber von den drei wichtigen Sachen nur in einer Sache wirklich sehr gut sind. Also bei Firmen zum Beispiel Einkauf, Produktion, Verkauf. Ich kenne kaum Firmen, die auf allen drei Gebieten einfach Weltmeister sind. Und die Chance für Geschäftsleute oder für junge Leute liegt darin zu erkennen, wo ist diese Firma top, auf welchem Gebiet sind die erstklassig. Da brauche ich mich gar nicht hinzuwenden. Aber in dem Bereich, wo ich feststelle, in Punkt 2 und Punkt 3, da sind die nur mittelmäßig. Da kann ich natürlich mit kreativen Vorschlägen kommen und da habe ich dann eine Chance. Also nur Mut.